Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Road to Silver hier auf meinem Kanal. Wir spielen jedes Spiel, und ihr seht es, jedes Spiel auf dem Weg von Bronze zu Silver, ja. Müssen wir jetzt hier bestreiten. Und ich hoffe mal, dass wir jetzt hier vielleicht mal gewinnen. Die letzten Male liefen ja nicht so sauber geil immer. Es war immer so ein Auf und Ab. Und, ja, vielleicht ändern wir das jetzt. Wir sind wieder der Letzte, der picken darf. Oh, aber zwei Lanes sind über, die ich auf jeden Fall spielen könnte. Das ist okay. Oh, nee. Aber ich hätte lieber die Mitte gespielt. Schade. Ärgerlich. Egal. Ich habe kein Schwingen mehr. Mh. Dammit. Dammit. Let's go. Rampage ist gesperrt. Und die Gegner sperren. Hey. Ich weiß ja trotzdem noch nicht, warum ich immer bin, der als letztes auswählt. Ich habe, also das ist wirklich, weiß ich nicht. Warum ist das so? Oh, in Ordnung. Ghost. Twin Blast. Xena. Revenant. 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 Okay. Also Ghost in der Mitte, oder was? Äh, was soll das? Steal. Wo ist sie denn? Steal. Wo ist sie denn? Decker. Murdoch? Drei Carries? Hä? Ich muss niesen. Oh, guck mal, ich habe drei Silber und zwei Bronze in meinem Team. Die Gegner haben nur drei Bronze. Chance. Leute, Chance. Die Battle of Agnes of Light will beginn soon. In the name of the hero, seize victory. Decker, let's go, Leute. Die erste Runde des heutigen Abends, beziehungsweise wenn ihr das hier bei YouTube seht später, natürlich die erste Runde heute. Wahrscheinlich die einzige Runde heute, es tut mir leid für YouTube, aber ihr müsst halt immer ein bisschen warten. Ich kann ja mein Content nicht immer alles in einem Tag pushen, sondern muss ja ein bisschen das aufteilen. Ihr müsst ja täglich, beziehungsweise viel versorgt werden. Und wir gucken jetzt mal, dass wir hier hoffentlich vielleicht es schaffen, Silber zu werden. Wobei ich glaube, dass wir das gar nicht unbedingt schaffen. Ich habe heute leider für diesen Aufnahmetag nicht so viel Zeit. Das heißt, wir müssen, also wir können vielleicht nur zwei, drei Runden spielen, obwohl. Je nachdem, wie lange sie dauern, natürlich. Und dann, ja, danach ist halt... Ja, klar. Klar wissen die sofort, dass da ein Ward ist. Das verstehe ich halt nicht. Warum sehen die mein Ward und warum sehe ich deren Ward nicht? Das check ich halt manchmal, also wirklich nicht. Warum macht unser Schwimmblas nichts? Warum? Achso, der lässt die pushen oder was? Ja, hoffentlich. ich Geh zurück! Der Schmerz ist unter Druck! Oops, I'm sorry. Oops, I'll be just a second. D-d-d-d, schade, da haben wir leider nicht ganz den Stun getroffen, sonst hätten wir ihn vielleicht gekillt. Ähm, sonst hätten wir ihn da vielleicht irgendwie, oder zumindest wird Schwimmler vielleicht nicht gestorben, da war ich leider mein Fehler. Leider nicht den Stun getroffen. Wie gesagt, ähm, wir müssen uns halt so ein bisschen reinfuchsen. Ähm, Support ist halt nicht so die Rolle, die ich am liebsten spiele. Ich finde, es macht schon Spaß, weil Decker einfach auch cool ist. Ähm, ja, schade, Sina hat es leider nicht überlebt. Warum hat sie... Achso, sie hat keinen Teleportstein. Naja, gut, okay. Aber... Aber... T-d-d, schade, schade, schade! T-d, schade, schade! Oh! Oh! warum sieht er schon wieder das verstehe ich halt jetzt also also real talk nicht wenn das jemand im chat weiß gerne mal eine antwort warum sieht er mein wort und ich sein nicht ich kann sein wort nicht zerstören er kann aber meinen zu stören warum also ich verstehe es halt wirklich nicht und das ist so ein bisschen das ist richtig ärgerlich rux ist ja auch noch hier ups die 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 Sonne ist auf! Bang, bang, bang! Take it out! What the? Ha, 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 ha! There's more. An ally. A statement in a B. The Prime Spirit has been defeated by an ally. The enemy is under attack. The gods are... An ally that saves an enemy. Okay. Containment fence ready. The ally tower is under attack. Klasse, ey, da haben wir gut gesnackt, ne, oder? Eigentlich ein krasses Supporter. Weiß gar nicht, warum ich das nicht... Warum ich das nicht ständig mache. Aber irgendwie mag ich das halt einfach nicht so. Supporter zu spielen. Irgendwie ist das so eine klasse... I don't know, man. Warte mal, wir verkaufen jetzt den, machen den fertig, weil jetzt gibt's mehr Geld pro... Ich glaube auch bei Supporter ist wahrscheinlich das Erste, was du machen kannst. Ähm... Also das Sinnvollste, was du machen kannst. So diesen Kristall vollständig machen, weil du mehr Geld bekommst. Pro Sekunde. Bei allen anderen finde ich das immer nicht so sinnvoll. Gadget hat sogar überlebt. Krass. Was da? War fast. Wo ist das? Da ist das. und das macht es gut wir beobachten ihn ganz genau sieht die zina auf jeden fall schicke die in die tower ist under attack da hat er nicht aufgepasst naja ist aber weggesprungen oder was weiß ich aber teleport stein genutzt hatte oder so aber es auf jeden fall nicht gekillt worden das ist gut man gut druck wir machen gut druck vielleicht wird ja auch support mein neuer main einfach sondern kann einfach mal support spielen dann komme ich wenigstens silber das ist so dumm solange er weg ist machen wir mal den fahren ist ja klar ja entspann dich was macht denn die zina da schon krass nicht daraus nicht daraus ich meine team ist halt richtig gut ne ich möchte auch selber werden wenn ich so gut bin wie die die machen es echt gut alle das ist krass das ist cool so jetzt machen wir hier den fisch mal für leute den fisch verwandeln können auch mal strong hüpfen nämlich nur drumherum ich habe von 13 kills habe ich neun ist es und einen selber gemacht ich bin an zehn kills beteiligt gewesen von von 13 einfach ein krasses support irgendwie muss man sich das auch mal eingestehen oder leute man muss sich das mal eingestehen dass ich ein heftiger typ er schon level 10 der der ist sofort da ne springt rein der ist der ist der ist der ist Ha, ha, ha. Decker ist halt so krasser Support, ne? So allein mit dem Sicherheitszaun, ne? Jetzt hast du den Revenant halt schon wiederbekommen, weil er eben nicht weg kann. Das ist halt so strong einfach. The enemy tower is under attack. The enemy tower has been destroyed. So. The prime guardian underneath has been defeated by an enemy. Oh, schade. Ich mach nicht so viel Schaden, ey. Das wär krass gewesen, ey. The enemy tower is under attack. Oh, der hat nichts mehr. Nein! Oh, damn it. Ich wollte ihn töten. Okay, gehen wir mal da drüben mit hin. Was passiert da? Ich wollte ihn töten, aber ich hab ihn nicht getötet. Ich bin so schlecht. I'm so bad. Ich bin so glad. Ich bin so glad. Okay, gehen wir mal in den Base. Hier haben wir auch wieder ganz gut Money. Der Sevrock ist auch heftig. So, auf zwei haben wir jetzt den Fisch. Le Fischi Fisch Fisch. Dann machen wir das. Ups. So. Okay, cool. Das geht nicht. Okay, Gott sei Dank hat das niemand gesehen. Das sah echt peinlich aus. Der Stun ist einfach jedes Mal so OP von ihr, ne? Das ist so krass. Mal, der Schwede. Komplett da hochgeworfen. Komm her, komm zurück. Oh, schade. Ach, bitter. Bleib mal hier. Warum rennt sie denn so doof? Ach, schade. Ja, konnte ich nicht mehr helfen. Schade, schade, schade. Daneben. Das Ding ist over. Also, really. Das ist komplett over. Bin an 15 von 21 Kills beteiligt. Bin einfach überall. Leute, ich sag's, wie's ist. Bin überall. Bin wie so ne Krake. Weißt du, so. Ein Team ist ein Team ist ja doch echt heftig. Vor allem, die schreiben dann auch so, keine Ahnung, hier, my bad, so, keine Ahnung, irgendwas im Chat, ne? Wenn die mal Fehler machen. Das ist einfach wirklich ein Perf. Nice. Wirklich ein krasses Team gewesen. Muss man ehrlicherweise sagen. Hat richtig Spaß gemacht. Ja, Leute, das war die erste Aufnahme für diesen Tag und die Folge heute bei Pro2Silver. Und es war richtig geil, es hat richtig Bock gemacht. Bis zum nächsten Mal.